hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren giveaway ich habe schon seit längerem einen alten key für wwe2k17 rumliegen und da jetzt auch schon bald wwe2k18 rauskommt genauer gesagt am 13 oktober wenn ich mich wenn ich mich irre würde ich zumindest gerne mal den key für 2k 17 loswerden und ja wenn ihr ein key für pc für steam für wwe2k17 haben wollt ja schreibt einfach nur wwe2k17 in die kommentare liked das video also das wäre zumindest cool und euren steam profil link wieder reinstellen das wäre ganz cool wenn ihr daran teilnehmen wollt und ja dieses video mit der auslosung wird dann wahrscheinlich am 14 oktober rauskommen und dann wünsche ich allen teilnehmern viel glück und ja bis zum nächsten mal und